Hallo, mein Name ist Sven Kiefer und ich bin Multiparkussionist. Es gibt über 5000 Schlaginstrumente aus ganz unterschiedlichen Kulturen. All diese Instrumente verfügen über eine unglaubliche Klangvielfalt. Als Multiparkussionist reizt es mich, all diese Instrumente kennenzulernen, sie zu erkunden und mir ihre neuen Techniken anzueignen. Immer offen für Neues. Ich liebe den Input und muss aktiv und kreativ sein. Die musikalische Herausforderung in Kombination mit der Kunst ist mir dabei besonders wichtig. Auch als Lehrer entstelle ich mich meinen neuen Herausforderungen, um meinen Schülern, vom Kleinkind bis zum Erwachsenen, ein Maximum an Spaß und Qualität im pädagogischen Sinne zu vermitteln. Bereits als Kind haben mich Schlaginstrumente gefesselt. Es folgte der klassische Weg, Privatunterricht, Musikschule, Konservatorium, Hochschule. Seitdem war ich Teil toller musikalischen Projekte. In all der Zeit bin ich unglaublich vielen Menschen begegnet. Tolle Menschen, von denen ich gelernt habe oder mit denen ich zusammen spielen durfte. Ein großer, aber besonders wichtiger Teil meiner Arbeit findet im Proberaum statt. Dort bereite ich mich auf meine Konzerte vor. Ideen reifen aus, werden umgesetzt. Es ist nicht leicht, sich als Musiker durchzusetzen. Rückschläge gehören zum Alltag. Bei mir kam eine Behinderung hinzu. Mit vier Fingern an der rechten Hand sind nicht alle Perkussionsinstrumente und alle Techniken möglich. Aber es kam nie in Frage, meine Leidenschaft aufzugeben. Ich finde mich heute in ganz unterschiedlichen Kombinationen wieder. Als Solist, Ensemble-Spieler, aber auch als Klangkünstler. Was dabei am wichtigsten ist, ich liebe, was ich tue. Ich werde von Adams Musical Instruments und SB Drums unterstützt. Außerdem arbeite ich mit Stage Music zusammen. Besuchen Sie doch meine Website www.svenkiefer.com